Er ist so groß, er ist so groß Er ist so stark, er ist ein echter Held Man braucht ihn hier, man braucht ihn dort Ja, auch der ganzen Welt Wie man ihn erkennen kann, na wenn es lautstark piept Ob morgens, mittags, nachts, das macht ihn so beliebt Der Frustbär, 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 der Frustbär und das ist wunderbar Auf seinem Weg zum Einsatz, da gibt's kein Halten mehr Er schießt um jede Ecke, der Mann der Feuerwehr Mit seinem roten Auto und dem blauen Licht Im feuerfesten Anzug, der Helm schützt sein Gesicht Denn das Frustbär, der 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 Frustbär, Doch es räumt im Kellerraum, gar nichts ist unmöglich, keine Aufgabe zu schwer. Sie meistern jeden Einsatz, die an der Feuerwehr. Wenn es Trostland fährt, der Feuerwehrmann, wenn es Trostland fährt, der Feuerwehrmann, dann ist Trostland fährt, der Feuerwehrmann, und das ist wunderbar. Wahrscheinlich werd ich niemals so ein richtiger Mann, vielleicht kann ich nie zeigen, was ich alles kann. Doch in meinen Träumen hab ich's längst geschafft, bin Kommandeur der größtenwehr, und das war gar nicht schwer. Wenn ich Trostland fährt, der Feuerwehrmann, wenn ich Trostland fährt, der Feuerwehrmann, wenn ich Trostland fährt, der Feuerwehrmann, und das ist wunderbar. Wenn ich Trostland fährt, der Feuerwehrmann, wenn ich Trostland fährt, der Feuerwehrmann, wenn ich Trostland fährt, der Feuerwehrmann, und das ist wunderbar. Untertitelung des ZDF, 2020